Moin moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer NoOrange heißt euch herzlich willkommen an diesen Kuddelmuddel Sonntag und wie es aussieht, fehlt mir hier ein Booster, weil eigentlich habe ich gedacht heute 5 zu unboxen, aber ich habe hier nur 4, die geben auch so richtig etwas zusammen. Ich gucke gleich nochmal nach, wenn ich die 4 geunboxed habe, ob da noch irgendwo einer liegt, wenn ich die noch habe, dann wird er natürlich zusätzlich noch geunboxed, aber aktuell sehe ich keinen, wir fangen jetzt aber erstmal an die Karten hier rauszuholen. So, es sind ja, das ist immer das Schöne bei Panini oder es ist fast immer glaube ich so, dass da 6 Karten drin sind, ich zoome auch gleich ein bisschen ran, keine Sorge, ich weiß auch nicht warum die so blöde verklebt sind die Booster, keine Ahnung, als wenn da irgendeiner irgendwie so eine Pfand darüber gegossen hat oder so, wisst ihr, so kommt das rüber. Die Karten an sich kann man vergleichen mit den Kars Karten, die ich gestern auch hatte, also wie gesagt nicht so eine brillante Qualität wie vielleicht bei Adrenaline XL oder Magitex, aber trotzdem sehr ordentlich. Was ich besser finde, ist natürlich auf alle Fälle die Mappe, die ist viel viel durchdachter, es ist eine Karte mehr drin wie gesagt und ich finde die Bilder auch interessanter für mich. Aber das ist halt die Interessantheit der Bilder, ist natürlich immer eine subjektive Sache. Was schlecht ist, dass hier an diesen Kanten kein Ratscher ist, also es ist sehr schwer die auch ordentlich aufzubekommen, da muss man natürlich aufpassen, dass man da keinen Mist baut. So, nun will ich gleich mal eben kurz gucken, ganz kurz, ob da noch irgendwo ein Booster rumliegt. Da lag doch tatsächlich noch einer, ja, hat sich doch gelohnt zu gucken, für euch, für mich, für uns alle, so haben wir nochmal sechs Karten mehr, die wir uns eigentlich gucken können. So, okay, Karten sind geunboxt, meinen Stuhl ordentlich ranziehen, die Karten ordentlich ran zoomen und dann sind wir auch schon bereit. 120 Karten gibt es ja, 80 Base Karten, 30 Mutagen und 10 Ultrakarten, also ähnlich wie in der ersten Serie, aber ich hoffe doch, dass die Staffelung nicht so schwer ist wie in der ersten, weil das ist natürlich so schwer. Und da geht es schon los, sehr gut, Mutagenkarte dürfte das sein, Biotrop und ihr seht, die Karten selber sind richtig nice. Also ich finde sie wirklich besser als die von Kars zum Beispiel im Vergleich. Alter, was ist das denn? Und gleich noch eine, Donnie. Hier rechts ist übrigens nicht die Nummer, sondern Herz bedeutet hier die Willenstärke, links oben, kleingedruckt die Nummer, dementsprechend auch das wieder ein Vorteil gegenüber der Kars Serie. Hier haben wir Donatello, die Karten sind, wie ich schon sagte, ich finde sie sehr gut, ich finde sie auch nochmal eine Steigerung gegenüber Serie 1, also auch eine Verbesserung, ups, jetzt habe ich hier zwei. Ice Cream Kitty, hat natürlich keine großen artigen Kampfwerte sozusagen, ist ja auch ganz klar. Und Kirby O'Neil, der Papa von April O'Neil, gefolgt von Dogpound. Auch die Karte sieht wieder richtig geil aus. Im Hintergrund sieht das aus wie eine Bohrinsel oder was das sein soll, keine Ahnung. Die ist auch geil. Guckt euch die Karte an, mit Donatello doppelt, doppelt gemacht. Hier einmal normal und hier nochmal im Hintergrund auch richtig cool. Also anscheinend sind in jedem Booster hier zwei Karten drin, das ist natürlich richtig geil. Surf's Up, Donnie, dann müssten jetzt wieder die normalen regulären Base Karten kommen, wie hier Fish Face zum Beispiel. Surrassurfen, die ganze Gruppe sozusagen unterwegs. Irma Langstein, ja die habe ich. Oder Langinstein, die habe ich dementsprechend jetzt glaube ich schon zum dritten oder vierten Mal. Also das ist meine Dauerkarte aktuell. Karai, auch nochmal sehr sehr super süß gemacht hier mit diesem Look auch. Das ist schon, oh, Tiger Claw, guckt euch die Karte an. Richtig richtig geil, richtig richtig geil. Leatherhead, ja kennt man ja auch aus der ersten Serie zum Beispiel. Hier nochmal Fish Face, hatten wir eben schon. Norman, tja, sieht auch richtig krank aus muss ich sagen. Und hier haben wir unseren Chuck Norris, äh, Chris Bradford natürlich. Wow, Casey Jones, auch die Karte ist richtig gelungen, richtig gelungen. Super cool, mit den Streifen auch. Oh, was ist das denn? Hier noch eine. Ach ja, es sind ja mal zwei. Michel Angelo. Auch da hat, also da muss ich wirklich Panini ein ganz großes Kompliment machen. Sie haben wirklich gelernt aus der ersten Serie, weil da war es kaum möglich, diese Special Karten richtig zu bekommen. Und das hat sich hier geändert, das finde ich großes Kino. Hier haben wir Vic. Die Purple Dragons Gang. The Red King. Sieht auch nochmal eine Nummer gruseliger aus, als im Vergleich zur ersten Serie. Hier haben wir Raph. Jetzt müsste ja noch eine kommen, mit guten... Ja, nochmal... Ach, Donatello, den hatten wir eben. Da habe ich ihn doppelt, ist ja nicht schlimm. Hier haben wir Raph noch, also Raphael. Oha, Razor. Auch das. Richtig bösartig, die Karte. Nochmal die Sourcerfner. Und zuletzt Piggy and Pete. Auch der im ersten Teil schon dabei. Richtig fett. Okay, das war's. Ich gucke mal nach, welche Bilder mir noch fehlen. Dann sortieren wir sie gleich zusammen in die Sammlung. Gut, kommen wir zum Einsortieren der Karten. Es sind wieder ein paar dabei, die ich noch nicht habe. Und das freut mich natürlich. Andererseits ist die Serie ja noch relativ locker. Wir hatten ja einmal die Sammlmappe bisher geunboxt, wenn mich nicht alles täuscht. Da waren dann ja noch ein paar Karten durch Mailday mit dabei gewesen. Die habe ich auch einsortiert. Gleichzeitig mit der Sammlmappe. Dadurch wurde es auch ein schön interessant langes Video. Ja, und dann haben wir, glaube ich, ein Unboxing gehabt. Und das ist jetzt sozusagen das zweite. 89012. Und ihr seht, die Mappe füllt sich langsam. So wie es sich auch gehört. Und wo ich beim ersten erst dachte, oh geil, Vater, so ein Projekt. Ich empfehle hier auch immer Sachen. Also wo Eltern mit ihren Kindern oder auch großer Bruder, kleiner Bruder oder große Schwester, kleine Schwester oder was weiß ich, Tante, Onkel, was weiß ich alles. So eine Projekte machen können. Um mit den Kleinen auch so ein bisschen Spaß zu haben. Wo die auch dran Spaß haben. Und das konnte ich beim ersten dann ja nicht mehr erfüllen, weil die Serie einfach zu viele Doppelte beherbergte. Und das kann ich jetzt bisher dementsprechend verbessern. 9, 0, 1, 2, 3. Also die erste Serie lohnt sich aufgrund der Anzahl der Doppelten nicht. Weil es wirklich sauschwer ist, sie zu erfüllen. Hier kann ich bisher nur mein OK geben. Und sagen, das ist wirklich ein Projekt, wo es sich lohnt. Ihr seht das ja. Die Karten sind auch interessant. Nicht einfach querbeet hier anscheinend sortiert. Es kommen mal ein paar von diesen Metallbildern, den Foilbildern und so zu sagen. Dann kommen aber auch mal wieder ganz normale Bilder dazwischen. Also von daher ist der Aufbau auch ein bisschen anders. Aber mir gefällt es sehr gut. Das lockert das auch mal ein bisschen auf. So ist jede Seite auch für sich selbst interessant. Und es gibt ja auch wie gesagt 120 Bilder gibt es ja nur. Und die 120 habe ich hier falsch einsortiert. Sehe ich gerade. Saver, die kommt natürlich dann hier hin. Oder wenn ich jetzt drüben bin. 7, 8, wenn das 8 ist, 17, 20. Genau, dann kommt die Limited Edition logischerweise mit Shredder hier hinein. Ich weiß gar nicht, ob es da jetzt mehrere noch gibt. Jedenfalls habe ich Shredder als Limited Edition. Ich lasse mir hier noch ein bisschen Freiraum. Und hier hinten gehen jetzt meine Doppelten los. Also das läuft ganz gut. Und ich bin auch froh darüber diese Sammelserie zu haben. Jetzt zum Film geilt mich das noch mal ein bisschen aufwendig, dass man es so krass sagen darf. Jedenfalls freue ich mich drauf. Denkt dran, morgen geht es wieder weiter mit einer weiteren Wochenvorschau. Wir haben wieder einiges auf dem Zettel. Denkt auch dran, das neue FIFA Sammelalben soll ja starten. Wenn das alles klappt, Dienstag werden wir das dann sehen. Euer No Orange wünsche ich euch noch einen wunderschönen Restsonntag. Und sagt Tschau, Tschüss und Goodbye.